Fußball Emotionen und jede Menge Spaß. Fußball aus der Region für die Region mit hessentv Drei Ecken ein Elfer und hier ist Ihr Moderator Fußball aus der Region Albert Nsia. Herr Oberbürgermeister, das war doch wieder ein sensationelles Turnier. Hochkarätig besetzt, viele Tore, viele schöne Tore, oder? Ja, ich muss den Sonnenbergern wirklich ein riesen Kompliment machen. Das ist eine tolle Leistung in der Vorbereitung und sie schaffen es auch immer wieder hervorragende Mannschaften zu bringen. Ich habe die letzten vier Spiele hier gesehen, aber eins besser als andere. Technik, Athletik, die haben einen Spielblick, das ist richtig, richtig klasse. Ja, ich hoffe doch mal, dass die Sonnenberger sich da auch mal ein Stück von abgucken können und dann vielleicht auch nächstes Jahr ein wenigstens ein bisschen höher spielen. Also ich würde Ihnen alle Daumen, die ich habe, würde ich drücken dafür. Aber ich meine mal, abgesehen davon, ich glaube auch für die Sonnenberger ist es prima, bei so einem Turnier mitgespielt zu haben. Wenn man die nächsten zehn Jahre dann Fernsehen guckt, sieht man die Spieler, die man schon mal gespielt hat. So sieht es nämlich aus. Und Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei den Top 3, den drei schönsten Toren hier vom Linien Cup. Viel Spaß bei Drei Ecken ein Elfer. Die sind die Die sind die Applaus Applaus